Es gibt Fitnesstrends, die halten ein, zwei Jahre. Das war's. Ich zeige euch heute einen Klassiker. Den haben schon die Gladiatoren gekannt und den werden auch noch unsere Kindeskinder kennen. Den Ausfallschritt. Alles was ihr für diese Übung braucht, sind eure Beine und gegebenenfalls ein bisschen Gewicht. Ist kein Muss. Ich nehme mal die Hanteln dazu. Wichtig, macht einen großen Ausfallschritt nach vorne. Die Fußspitzen zeigen nach vorne. Mein Oberkörper ist aufrecht. Mein Bauch ist fest, das heißt der Bauchnabel ist wieder herangezogen. Macht nicht den Fehler und fallt nach vorne. Hier gilt die Regel, das Knie bleibt immer hinter den Fußspitzen. Würdet ihr nach vorne fallen, belastet ihr euer Kniegelenk zu sehr? Nein. Ganz wichtig, geht gerade nach unten und gerade wieder hoch. Stellt euch vor, ihr habt einen Bindfaden auf dem Kopf, der euch wieder nach oben zieht. Der euch nach unten lässt und gerade wieder nach oben zieht. Nach unten und nach oben. Ich sage euch, ihr könnt nichts Besseres machen für eure Beine, für euren Po. Okay? Probiert's aus.